Will es nicht glauben, aber nächsten Monat ist einfach schon wieder Halloween. Es war doch erst. In diesem TikTok zeige ich euch Kostüme, die ich 2021 echt nicht mehr sehen will. Natürlich ist das alles nur Spaß. Ich weiß ganz genau, jeder zweite läuft so rum. Jedes Jahr sieht man dieses eine Pärchen, was als Harley Quinn und Joker geht. Vor allem denken die immer, die werden irgendwie Prom, Queen und King. Außerdem ist der echte Joker und Harley schon lange nicht mehr zusammen. Wollt ihr uns irgendwas sagen? Auf jeder Party gibt es auch immer diesen einen Jungen mit so einem halben Totenkopf. Oder hier. Wird auch ganz gern damit kombiniert. Ich brauche jetzt aber echt nicht so viel darüber reden, weil auch ich vor ein paar Jahren. Nummer drei sind die, die erstmal komplett ohne Kostüm kommen. Das macht euch nicht cool. Imagine man plant eine fette Party und dann kommen Leute in Skinny Jeans und einem schwarzen Oberteil. Leute, die mit so einem weißen, zerschnittenen T-Shirt kommen und noch ein bisschen Kunsthut ausgeliehen haben, haben sich maximal drei Stunden vor der Party überhaupt erstmal Gedanken über ihr Kostüm gemacht. Kommt auch oft in Kombination mit solchen Kontaktlinsen. Habt ihr es noch über einen Monat Zeit, euch ein richtig cooles Kostüm mit euren Freunden zu überlegen. Also gebt Gas.